Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir gehen die Märkte auf jeden Fall einmal durch. Wir haben einen ziemlich turbulenten Wochenstart. Wie wir sehen, auch der DAX ist runtergeschmiert auf 12.500 Punkte. Und ja, Kryptoaktien gehen eigentlich wieder bekanntlich weiter runter. Edelmetalle sind ziemlich am Pumpen. Von daher, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ich hoffe, ihr erinnert euch an das Video von vor einer Woche, 28.02. Da hatte ich ein Video drüber gemacht, dass es ziemlich wahrscheinlich ist und dass auch Experten davon ausgehen, dass der DAX bis auf 11.000 Punkte abschmieren wird. Und dass es definitiv ein Short-Einstieg machbar ist. Jetzt stehen wir gerade bei 12.500 Punkten. Hat sich wer getraut? Wenn ja, dann schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Je nach Lot-Size dürfte derjenige sich auf jeden Fall schon mal bei Lamborghini bewerben bzw. einen Termin holen. Ja, also wenn er wirklich noch weiterzieht, was ich mir vorstellen kann, ist aktuell immer noch im freien Fall. Ja, ich muss gestehen, ich selber habe mich dann nicht mehr getraut, als wir hier nämlich diesen Bounceback hatten von 13.700 auf 14.700. Da habe ich gedacht, ja, okay, wenn sich die Welt jetzt beruhigt, dann kann es auch direkt wieder verfrüht reagieren und wieder bullisch weitergehen. Aber ja, dann, wie gesagt, ging es dann doch wieder weiter. Es ist sehr ärgerlich. Nach wie vor bereue ich es, dass ich mich hier oben nicht getraut habe, obwohl ich es eigentlich definiert habe, den Bereich. Das war einfach nur, ja, Angst. Angst und Emotionen haben im Markt nichts zu suchen. Und trotzdem hat es mich dann nach Jahren mal wieder erwischt, in Emotionen nicht gehandelt zu haben. Aber naja, ist wie es ist. Aktuell 12.500 Punkte. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich, dass da tatsächlich den Bereich dann noch anläuft. Wichtig ist aber auch zu sehen, ja, wir wissen, nach dem Corona-Crash hier haben wir danach, also es ist 45 Prozent ungefähr runtergegangen, nicht ganz 50 Prozent. Und danach auch wieder 100 Prozent Anstieg, über 100 Prozent Anstieg. Also, dementsprechend, auch wenn es jetzt erstmal einen Backup gibt, danach ergebenen sich gegebenenfalls auch wieder Long-Positionen. Also, ja, bullische Szenarien. Sprich, ich kann mir vorstellen, dass er den Bereich auf jeden Fall hier ausschöpft. Vielleicht sogar, ey, sag mal, ein bisschen überkorrigiert in dem Bereich und, ja, dass es dann wieder hochgeht. Also, dass sich das Szenario hier so wiederholt. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Und daher ins fallende Messer greifen würde ich nicht unbedingt machen. Sprich, jetzt ist es vielleicht gegebenenfalls für einen Short etwas zu spät. Also, zumindest für mich persönlich. Ihr müsst es ja natürlich selber wissen, wie ihr das macht. Ich hatte hier eigentlich auch auf einen höheren Bounceback gehofft. Sprich, dass er wirklich hier dieses macht. Und dann wäre für mich auf jeden Fall noch ein Short wieder interessant gewesen. Aber, naja, ist dann halt so. Denn Edelmetalle hingegen sind sehr, sehr am Pumpen. Gold wieder auf 2000. Hat fast wieder das All-Time-High geknackt. Ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, hier die Ziele abzuarbeiten. Das wäre dann auch in dem Fall ein neues All-Time-High. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Palladium ist einfach sowas von steil gegangen. Also generell Weißmetalle einfach mega attraktiv momentan. Also, die Kerze hier, das ist Quatsch. Die haben wir im Stundenchart auch gar nicht. Ja, die können wir uns wegdenken. Also, hier aus dem vorher definierten Bullen-Korrektur-Level 1500. Einfach über 100% Profit jetzt in drei Monaten bei dem Edelmetall. Das ist Wahnsinn. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich Palladium gekauft habe. Leider nicht eine ganze Unze. Aber immerhin für ein paar hundert Euro. Also, ja, das ist so ein... Erstmal für den Kaufkrafterhalt sowieso sehr, sehr geil. Und einfach, ja, dass wir ein Portfolio haben, was gegen die fallenden Kurse aktuell ein bisschen ankämpft. Oder stark ankämpft hier mit über 100% Profit. Das ist wirklich sehr heftig. Damit hätte ich auch im Leben nicht gerechnet. Ja, neues All-Time-High auf jeden Fall für Palladium. Richtig, richtig stark. Das war ja hier schon mal knapp bei 3000. Jetzt einfach 3300. Wahnsinn. Ja, Silber hängt noch so ein bisschen hinterher. Hat aber auch eigentlich... Ups, machen wir mal hier die ganzen Analysen aus. Und zumindest erstmal Bullish, ja, performt. Dass er hier drüber kommt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also, rund die 30 Dollar, dass er die wieder anläuft. Neues All-Time-High, das glaube ich bei Weitem noch nicht. Also, das war ja mal rund 50, 55 Dollar oder irgendwie so die Rüchte. Ne, nicht mal ganz 50 Dollar. Okay. Ja, das ist natürlich schon über 10 Jahre her. Das wird natürlich noch eine Weile dauern, bis er darüber hinaus schießt. Aber, dass wir hier das übertreffen, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also, auch bei Silber ist noch einiges zu holen auf jeden Fall. Palladium hat von den Edelmetallen eigentlich verhältnismäßig mit am schwächsten performt. Ja, habe ich auf jeden Fall alle vier im Portfolio. Von daher, das ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir da gerade ein wirklich komplett grünes Portfolio haben. In dem Fall, Kryptoaktien sieht eher ein bisschen schlecht aus. Da gehen wir ja auch jetzt weiter drauf ein. Also, Bitcoin, gut. So viel hat er jetzt auch eigentlich nicht gemacht. Der hat jetzt keinen starken Abverkauf gehabt. Also, das war jetzt den Vortrag hier schon. Von daher, das sieht eigentlich noch alles relativ normal auf. Es ist in dem Fall eher der DAX und die Aktien, die da nochmal ein bisschen mehr auf die Mütze kriegen. Ja, auch Ethereum nach wie vor sieht immer noch nicht schlecht aus. Also, solange hier kein Lower Low irgendwie gebildet wird, mache ich mir da in dem Fall keine Sorgen. Genauso, XRP ist eigentlich gefühlt aktuell mehr eine Stabi-Phase, als dass es irgendwie groß abgestürzt ist. Das sieht auch noch vollkommen in Ordnung aus. Ja, Luna hat endlich wieder zumindest eine kleine Korrektur eingeleitet. Der soll eigentlich mal mindestens, also ich bin immer noch dafür, dass er hier wirklich mal auf die 30, 35 Dollar zurückkommt. Also, wirklich die komplette Bewegung hier von dem Micrash mal korrigiert, vollständig korrigiert. Und, ja, also den kaufe ich auf jeden Fall so hoch nicht. Aber generell ist es natürlich aktuell sehr, sehr schön. Einer der wenigen Top-Performer definitiv in meinem Portfolio. Es war auch im Kryptobereich ein Coin haben, der da so ein bisschen gegen ansteuert. Ja, auch Quant hält sich aktuell noch sehr, sehr gut. Schauen wir uns mal kurz Aktien an. Ja, da geht es natürlich etwas steiler bergab in dem Fall. Zumindest bei gut PayPal, das wussten wir im Vorfeld schon. Auch Netflix weiter korrigiert, aber auch hier noch kein neues Lower Low gemacht. Tesla hält sich aktuell eigentlich auch noch relativ gut aus dem Abverkauf hier. Ja, also alles aktuell noch halb so wild, sagen wir mal so. Wie gesagt, der DAX hat ziemlich auf die Mütze gekriegt. Aber ansonsten hat sich hier eigentlich dann bei zumindest so den Aktien, die ich auf dem Schirm habe, und den Kryptos eigentlich mehr Stapi-Phase jetzt eingeleitet, als dass da tatsächlich nochmal eine stärkere Korrektur kam. Aber das muss natürlich nichts heißen. Das kann jetzt natürlich auch sich weiter fortsetzen. Wie gesagt, ich würde mich auf Chart-Analysen jetzt nicht so 100% verlassen. Das kommt einfach darauf an, was da jetzt in der Welt weiterhin geschieht. Aber auf jeden Fall interessant. Das öffnet natürlich immer wieder neue Möglichkeiten, neue Türen, derartige Korrekturen. Und auch natürlich im DAX, dass da tatsächlich, wenn wir wirklich so Richtung 11.000, 10.000 Punkte gehen, dass es auf jeden Fall auch bullish, also longposition-technisch wieder interessant werden könnte. Und ja, das ist eigentlich soweit zum heutigen Video. Phantom hat noch sehr, sehr stark korrigiert, weil dort der, ich weiß gar nicht gerade, ob es CEO oder CTO gewesen ist, der zurückgetreten ist durch irgendeine Kurzschlussreaktion, Burnout, keine Ahnung was. Da mache ich nochmal ein eigenes Video zu, da sprechen wir morgen drüber. Da will ich mich auch selber noch ein bisschen mehr in die Materie reinfuchsen, bevor ich jetzt hier ein Video droppe und da dann irgendwie Fehlinformationen kommen und so weiter. Aber ja, nichtsdestotrotz hält sich Phantom verhältnismäßig trotzdem immer noch stark, obwohl das passiert ist. Und das hat auch, um schon mal im Vorfeld die Entwarnung zu geben, das wurde auch von der offiziellen Phantom-Seite gepostet. Also das Projekt geht weiter, ja, also keine Panik. Das ist auch bei einem CEO, CTO normal, dass irgendwann dann auch, ja, man genug gemacht hat oder keinen Bock mehr hat, wie auch immer oder was auch immer das Ereignis da ist, das wissen wir ja so jetzt erstmal nicht. Nur, wir können es nur anhand eines Tweets sehen. Das kann auch immer mal im Vollsoft entstanden sein, was ich in dem Fall jetzt nicht glaube. Aber ja, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das Projekt, also die Entwicklung geht natürlich trotzdem weiter. Gut, ja, das zum heutigen Video. Wie gesagt, Phantom sprechen wir morgen drüber. Ich würde sagen, ja, schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare, falls ihr irgendwie im DAX gehandelt habt, ob ihr ihn tatsächlich geshortet habt oder ob ihr gegebenenfalls sogar versucht habt, schon wieder gegenzusteuern, eine Long-Position eröffnen und euer Konto geblättet habt. Das wäre natürlich nicht so schön, aber schreibt mir auch das sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, liked mir immer gerne das Video, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann im morgigen Video. Ciao.